Ich freue mich sehr, deine Rednerin anzukündigen, die aus Schweden kommt, Alice. Und sie möchte über automatische Systeme sprechen, die für heteroponische Systeme gedacht sind. Sie arbeitet mit nachhaltiger urbanem Design und sehr vielen jungen Leuten in Schweden. Und sie kommt aus Stockholm. Also wenn jemand aus Stockholm kommt, dann trefft euch dann mit ihr. So, Dankeschön. Ja, es geht um nachhaltige urbane Entwicklung. Lass uns das jetzt mal anfangen. Ja, das wird ein sehr knapper und zusammengepferchter Talk über dieses Thema sein, weil es nur 30 Minuten geht. Aber ich werde es schnell springen und die Sachen auf meine Seite stellen. Viele der Fortschritte in der Hydroponik kommen, also Hydroponik ist Hydrokultur. Sehr viele Fortschritte kommen aus dieser Hydroponik, kommen von den Hanfernbauern. Nur, dass ihr daran denkt, ich pflanze selbst Gemüse an und wenn es Probleme mit der grafischen Präsentation gibt, liegt es leider nicht an mir. Das ist, weil Keynote Menschen hasst. Warum ich mit Hydroponik arbeiten möchte, ist, weil es ein sehr wichtiger Teil von nachhaltiger Entwicklung ist. Teilweise, weil Hydroponik benutzt, die man nur ein Prozent des Wassers benutzt, das man normalerweise braucht. Es braucht keine Sonne. Es braucht, man kann es also drinnen anpflanzen. Es benötigt auch keine Erde, die als nicht erneuerbare Ressource ist. Man braucht auch ungefähr 500 Jahre, um zwei Zentimeter Humus zu erneuern. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir Leuten helfen müssen, Pflanzen anzubauen und dass sie auch einfach verstehen, wie Pflanzen angebaut werden. Und Hydroponiksysteme sind sehr einfach aufzubauen, selbst wenn du in einem ganz kleinen Ort, keinen Raum lebst. Ich gebe dir eine schnelle Geschichte der Hydroponik. Die Slides sind sehr schnell. Du kannst sie, ihr findet sie aber auch online und dann könnt ihr sie danach anschauen. Ich werde darüber reden, wie Pflanzen wachsen und was man messen muss, wenn man die automatisierte Systeme bauen will. Was für Werte man da braucht. Und ich werde euch Bilder von gängigeren Systemen zeigen und zeigen, was man da braucht, um sie zum Laufen zu bringen. Ihr seht den Link zu den Slides und es gibt ein weiteres Ressourcendokument mit weiteren Informationen. Ihr könnt mich im Camp finden, T10 auf der Karte und wenn ihr Fragen stellen wollt oder eben, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir auf dem Campingplatz ein kleines System bauen. Also, okay, wir reden über eine Art und Weise, dass wir Sachen zum Wachsen bringen, ohne Erde zu benutzen. Das bedeutet, dass ihr keinen Nährstoff habt, in dem Medium habt, aber ihr fügt Nährstoffe hinzu und meistens sind sie im Wasser. Arbeiten das Wasser oder Hydroponik in Griechisch. Ja, also erdloses Wachsen. Hydroponik ist kein neues Feld. Wir können Beginn 600 vor Christus beginnen. Die hängenden Gärten von Babylon wissen nicht genau, wahrscheinlich über Hydroponik, aber vielleicht gibt es da mechanische Automationen, aber wir wissen es auch nicht genau. Die Azteken 1100 nach Christus, die haben schwimmende Gärten, aber es ist genau auch Hydrokultur von heute. 1627, Francis Bacon und Silver Silvarum, das sind die ersten Erwähnungen von Anbau in Wasser. Ja, ein Typ nach uns, John Goldworth, hat nachgewiesen, dass das Wachstum von Pflanzen schnell, dass Pflanzen nicht in destilliertem Wasser so gut wachsen können. Aber sie haben die erste Nährstofflösung entwickelt, sie hatten aber keine Lust auf Automation. 1929, Gericke ist vermutlich der wichtigste Mensch in der erdlosen Anbau, wurde sehr stark diskreditiert und hat ihm das Buch geschrieben. Wurde aber dann diskreditiert. 1930, Pan Am Airlines wollte von Amerika nach China fliegen und wollten auf der Mittelweg stoppen und Wake Islands war genau diese Zwischenlandung und sie brauchten halt Essen, um dem Personal und den Passagieren das Essen zu geben. Und das mussten sie dann anbauen, indem sie da ohne Wasser, Frischwasser und so das anbauen können. Und automatisieren, das Wake-Eisen-Projekt, muss man da mal drüber nachlesen. 1938 haben diese zwei Leute, sind Hoagland und anderen, haben, lassen Sie mich nachschauen. Herr Hoagland ist bekannt für die Hoagland-Lösung und er und sein Kollege haben, Geiricke wollte sein Rezept nicht auf dem Open Source veröffentlichen, weil er keine Gewächshauszeit in der Universität bekommen hat. Und die Universität hat den Hoagland und Ahnung aufgetragen, dass sie das reingenieren. In den 1960ern war interessant natürlich, es ist schon klar, was damals dann angebaut werden sollte. Die Nutzung Filmtechnik, also Nährstofffilmtechnik ist immer noch sehr, sehr wichtig. Ich zeige euch ein bisschen, wie so ein System aussieht, ein bisschen später. Und er war sehr interessiert in der Automatisierung und hat Kontrollerpumpen und kontrollierte oder gestaltete Leuchten benutzt. Aber ich habe seine Publikation auch nicht voll gelesen. In 1982 hat das App-Code-Center im Disney World den Landpavillon gebaut, wo sie einen Park über die Zukunft von Gewächshäusern entwickelt haben. Und sie haben dann auch erst sehr, sehr viele automatisierte Systeme gebaut. Und für eine ganze Zeit hat dann die NASA, wir wissen nicht so genau, wie lange die NASA schon das gemacht hat, aber auf der ISS haben sie heteroponischen Salat gegessen. Und es ist schon passiert auf jeden Fall, wo sie Pflanzen anbauen, sie bauen Pflanzen an da, wo es eigentlich nicht unmöglich ist, zum Beispiel bei Baumstationen oder später dann eben auf dem Mars oder so. Also wenn wir Glück haben, können wir heute Abend um 10 die ISS am Sternhimmel sehen und sehen, wie die essen und hoffentlich essen sie dann hyponisches Essen. 2009 hat Britta Riley Kunststudentin gewesen aus New York und sie hat eine Real Research and DIY Community entwickelt, die winterfarms.org heißt. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass eine ganze Community irgendwie an Heimanbauern sich da irgendwie zusammengefunden hat. Und sie hat diese Version 1.0 entwickelt. Und es gibt einen Haufenweise richtig gute Leute, die tolle Lösungen gefunden haben. Und es ist eine tolle Idee, um da selber was anzubauen. Es gibt nicht so viele Lösungen in der Community, die das ganze Automatisierungsprozess, den automatischen Prozess lösen. Sowas wie pH-Wert und Wasser und Nährstoffe und so weiter und so fort. Aber wenn ihr Fakten wissen wollt, dann könnt ihr da schon mal anfangen. Und am Schluss, dann nach dem Tsunami in Japan, hat ein Typ namens Shimamura eine alte Halbleiterfabrik genommen und es in die größte Indoor-Farm der Welt entwickelt. Und sie haben irgendwie 10.000 Köpfe Salat jeden Tag angebaut und sie haben nur Salat produziert. Und das sind komplett optische Messverfahren und komplette Automatisierung. Und sie sind absolut vorne, was die Automatisierung ist. Sie sind aber nicht ganz Open Source. Also das ist die Farm. Das sieht so aus. Also wie wachsen Pflanzen in Hydroponik auf? Und jetzt übergebe ich mal kurz. Manche Teile sind wichtiger als in einem regulären System. Es ist nicht wichtig, ob, wie ich jetzt gezeigt habe, ob es Salat ist oder ob es Tomaten auf eurem Balkon sind. Manche Dinge sind genau dieselben. Alle Pflanzen brauchen Licht, alle Pflanzen brauchen Nährstoffe und alle Pflanzen brauchen Wasser und Sauerstoff. Und wenn man diese drei Sachen zur Verfügung stellt, dann wachsen Pflanzen. Pflanzen wollen immer wachsen. Selbst wenn ihr nicht gut seid, dann wachsen sie trotzdem. Das ist wahrscheinlich nicht optimal, aber trotzdem. Normalerweise, wenn ich Menschen helfe, bei der Entscheidung zu ihrem eigenen System, sage ich, dass es schwierig ist zu optimieren, aber es ist noch schwieriger, komplett zu scheitern. Deswegen fangt langsam an und entwickelt langsam. Die Wurzeln sind extrem wichtig in jedem hydroponischen System. Noch wichtiger als in Erdboden, weil ihr besser darauf achten könnt. Das wird also ein größer Teil eures Systems. Die meisten Pflanzen, mit einigen Ausnahmen, sind in drei Teile aufgeteilt. Der untere Teil trinkt Wasser, er mag keine Luft. Wenn er an der Luft liegt für zu lange Zeit, dann hat er zu viel Luft, dann stirbt er. Der mittlere Teil ist ein Hybrid und der kann sowohl Wasser als auch Luft atmen. Und der obere Teil, wie du und ich, ertrinkt in Wasser oder einer zu feuchten Umgebung. Aber alle Wurzeln brauchen Dunkelheit. Alle Teile der Wurzel. Damit müsst ihr arbeiten, wenn ihr keinen Erdboden benutzt, dann müsst ihr die Wurzeln irgendwie anders abdecken. Ansonsten verbrennen sie. Und ihr müsst auch dem Wasser genug Sauerstoff geben, weil alle Teile der Wurzeln Sauerstoff brauchen. Und auch die Blätter, weil alle Teile der Pflanze Gas austauschen. Also Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, mehr über das Wasser. Nichts daran ist komisch, ungewöhnlich. Außer, dass es der wichtigste Teil eines Hydrokultursystems ist. Er gibt der Pflanze das Trinkwasser, auch in jeder anderen Art zu wachsen. Ihr müsst schauen, welche Pflanzen ihr anbauen wollt, bevor ihr euer System baut. Und besonders bevor ihr automatisierte Systeme baut, damit ihr wisst, was ihr messen müsst, welche Messwerte ihr braucht. Ihr müsst euer Wasser immer sättigen. Das könnt ihr tun mit einem Strom, mit einem Tropfsystem, aber auch mit einem Luftstein, in dem ihr die Luft drückt und dann wird sie in Blasen aufgeteilt. Damit, wenn ich eine gute Sauerstoffsättigung habe. Ich habe sehr wenig Zeit übrig, aber vielleicht kriege ich ein paar Minuten dazu. Den Wasserstand, den müsst ihr ständig messen. Der ist sehr, sehr wichtig. Keine, na, nicht zu wenig Wasser. Es gibt sehr, sehr teure Werkzeuge, aber es gibt auch sehr einfache, günstige Systeme, die den Wasserstand ständig messen. Das hängt davon ab, was ihr machen wollt. Das Wasser ist auch ein Medium für die Nährstoffe und wir müssen den pH-Wert messen, damit wir wissen, ob die Pflanzen sich assimilieren können, ob die Nährstoffe aufnehmen können. Denn bei dem falschen pH-Wert können sie die Nährstoffe nicht aufnehmen. Die Nährstoffe sind als Ionen im Wasser, in organischer Form als Salze. Ich werde einen Link zu einer tollen Tabelle posten, der zeigt, wie die Nährstoffe bei verschiedenen pH-Werten nicht mehr aufgenommen werden können. Ich nehme an, ihr wisst, was der pH-Wert ist. Ihr wollt nicht unter 5 sein und ihr wollt nicht über 7 sein. Die meisten Pflanzen sind zwischen 5,8 und 6,5. Ihr könnt, wenn ihr das tut, dann optimiert ihr nicht, aber ihr könnt nicht scheitern. Ihr könnt einen Sensor oder ein Messgerät benutzen. In einem besseren System benutzt ihr einen Sensor. Und der pH-Wert ist relativ zur Temperatur. Das ist ein generelles Problem, wenn ihr messt. Es gibt sehr, sehr teure Werkzeuge, die die Temperatur kompensieren, aber auch für einen professionellen Preis natürlich. Ihr könnt den pH-Wert auch korrigieren, indem ihr Chemikalien benutzt. Ihr könnt euer System auch spülen. Wenn ihr ein automatisiertes System bauen wollt, das den pH-Wert automatisch korrigiert, kenne ich ein oder zwei Projekte, die semi-erfolgreich sind. Die Links sind in der Ressourcentext-Datei online. Mehr sage ich dazu also nicht. Elektrische Leitfähigkeit ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr mit Philoponik arbeitet. Die Präsenz von Ionen im Wasser, die Anwesenheit von Ionen. Ihr könnt sie messen mit EEC, mit TDS. Ich glaube, es ist eine amerikanische Messweise. Sie messen es in PPMs und andere messen es in Siemens oder Mikro-Siemens. Es gibt Sensoren, ihr könnt Sensoren benutzen, ihr könnt Meter benutzen. Das sind im Grunde dasselbe, aber der Unterschied zwischen TDS und Parts per Million, dafür gibt es gute Links im Text. Das ist danach. Zu den Nährstoffen, das ist natürlich sehr wichtig. Das ist das, was ihr dem Wasser hinzufügt. Das Wasser sollte am Anfang keine Nährstoffe enthalten. Deswegen mess ihr den IEC, bevor ihr die Nährstoffe hinzufügt und während die Pflanzen wachsen. Was sind die Nährstoffe? Wir haben Mikronährstoffe, Stickstoff, Phosphor und Kardium. Wir haben sekundäre Makronährstoffe, Calcium, Schwefel und Magnesium. Und die sind so aufgeteilt wegen der Menge, in der sie benötigt werden. Stickstoff stimuliert das Wachstum der Biomasse. Es ist am Anfang sehr, sehr wichtig. Man sagt, dass es der wichtigste Nährstoff ist, aber genau genommen sind sie alle gleich wichtig. Wenn ein Nährstoff komplett fehlt, dann funktioniert das gar nicht. Phosphor für Früchte und Energie. Die Pflanzen müssen Energie chemisch binden von der Sonne oder von einem anderen Licht- oder Hitzequen. Und Phosphor ist dafür sehr wichtig. Und Kalium ist für die Früchte sehr wichtig. Aber sie ist auch wichtig für Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Krankheiten. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen was überspringen. Man braucht kein natürliches Licht, soweit wir wissen. Man kann auch völlig mit Künstlicht arbeiten, wenn man Essen anbaut. Oder was auch immer man anbaut. Wo man aber daran denken muss, ist, dass man Pflanzen mit 24 Stunden, sieben Tage die Woche Licht anbauen kann. Und das macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass die Farbtemperatur des Lichtes stimmt. Man muss außerdem dann denken, dass die Hitzestrahlung des Lichtes und die Stärke des Lichtes ein Thema sind. Die Menge an LEDs sind wichtig. Und da kommt auch Hitzestrahlung raus. Es gibt einige Tipps, was Künstlicht angeht. Und das rotere Spektrum ist für Pflanzen und Früchte. Und das blaue stimuliert die Biomasse. Das ist ganz wichtig zu sagen. Wichtig ist die Temperatur und Feuchtigkeit. Man muss, ich habe gemerkt, hier haben wir das nicht so ein Problem. Unter 12 Grad wachsen die Pflanzen nicht. Temperatur und Feuchtigkeit. Man möchte auf 30 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit gehen und eben über 12 Grad. Und es gibt Sensoren für alle Messungen. Ich kann da nicht überall reingehen, aber wir können nachher darüber reden. Wenn ihr ein Gewächshaus für eure Pflanzen oder sowas baut, müsst ihr euch wirklich die Hitze und die Feuchtigkeit anschauen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass es irgendwie einen Luftfluss gibt. Weil die ganzen Pflanzen brauchen und die ganzen Wurzeln brauchen Sauerstoff, um Gas auszutauschen. Sauerstoff, genau. Also, warum man mal daran denken muss, ist, dass, was ihr mitnehmen, nach Hause nehmen solltet, ist die Frage, wo wollt ihr es hinsetzen? Was wollt ihr bauen und wie wollt ihr automatisieren? Wie wollt ihr messen und wie wollt ihr es automatisieren? Ich gehe mal ganz schnell durch ein Wassersystem. Das ist die Nährstofffilmtechnik. Es ist sehr beliebt, fantastisch, um ein Haus anzubauen. Es ist klein, aber sehr ernst. Es ist einfach aufzusetzen. Es ist eigentlich ganz günstig. Es braucht relativ wenig Platz. Und es funktioniert mit zwei Pumpen. Es ist ein bisschen lauter. Wenn die Pumpen aussterben, dann sterben die Pflanzen ziemlich schnell. Es gibt also Probleme. Und die Wurzeln können irgendwie das System auch verstopfen. Also seid ihr auch sicher. Also Erbe und Flut. Es ist ganz einfach zu warten. Man kann alles, was die Nährstoffe angeht, ziemlich leicht regeln. So wie mit allem Systemen gibt es ein Problem mit der Krankheitenkontrolle, weil das Wasser nicht fließt und weil das Wasser irgendwie nur hoch und runter geht und nicht fließt, gibt es da, weil alle Pflanzen das gleiche Wasser haben. Und Aeroponik ist sehr beliebt unter Hanfanbauern. Es ist sehr, sehr effizient, ist aber auch sehr, sehr teuer. Und es ist wichtig, schwierig zu warten, wenn die Feuchtigkeitsantennen oder Spitzen irgendwie verstopft werden, stemmen deine Pflanzen und der Salmonen könnte auch ein Problem sein. Also es gibt großen Kontrast. Aquaponik, Fisch-Aquaponik, es ist wunderschön, aber wenn du hier eure eigenen, ja, es ist sehr beliebt, aber man muss ja nicht unbedingt ein Aquarium gleichzeitig haben. Also man könnte es versuchen. Die Tiefwasserkultur ist mein absolutes Liebling. Ich werde es im Camp nachher anbauen oder vielleicht morgen. Es braucht irgendwie ein, zwei Stunden zum Bauen. Es ist sehr, sehr günstig und einfach zum Warten und das empfehle ich euch sehr, sehr auszuprobieren. Und das Tropfsystem, was durch Winter Plattery und das Winter Farm Project, das Tropfsystem veröffentlicht wurde, ist es nicht das effizienteste. Es ist super leise, aber es ist sehr, sehr einfach zu warten und es ist recht günstig. Aber das Problem ist, dass der Wasserfluss nicht so einfach zu sehen ist. Oh je, die Zeit. Ich habe die Zeit erwähnt, also alles, was die nicht so viel, ja, das sind Teile, also es ist alle die Informationen, das sind aber ganz viele Informationen und die kann man alle online aufrufen, da brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Teile, die man braucht, der Status, was Automatisierung angeht, ich gehe da jetzt auch nicht rein. Es gibt einen Billy Briggs Hydroponic Controller, da gibt es ein Arduino Projekt, da werde ich jetzt nicht tiefer reingehen, aber es ist fantastisch, eine fantastische Information, soll man sich auf jeden Fall anschauen. Es gibt auch andere Projekte, manche haben sein Projekt kopiert, manche haben die Anleitung neu geschrieben. Ich empfehle euch das, schaut euch das mal an, Billy Briggs, das Billy Briggs Projekt und sehe, schaut euch an, was möglich ist und er hat einen super Job gemacht. Der Code ist verfügbar und die Diskussion ist super und viele Leute arbeiten da regelmäßig dran mit und es ist am Leben. So, das solltet ihr euch anschauen. Weil ich mich ein bisschen gestresst habe, habe ich noch ein paar Minuten übrig. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder möchtet, dass ich irgendwas genau erkläre auf einer anderen Folie, kann ich das gerne tun. Er hat über die Fischsache nachgefragt, das nennt sich Aquaponics und ich kann euch das kurz erklären. Ihr gebt den Fischen Essen, die Fische kacken ins Wasser und das Wasser wird hoch zu den Pflanzen gepumpt. Die Pflanzen nutzen die Nährstoffe im Wasser und reinigen es auch und das Wasser geht zurück zu den Fischen in einem Status, in dem sie weiter Nährstoffe in das Wasser abgeben können. Die Leute haben so etwas gebaut, nennt sie namens Earthship, sie benutzen das Wasser, das sie zum Duschen verwenden und dieses Wasser wird zur Bewässerung verwendet und die Leute bekommen die Feuchtigkeit der Pflanzen zurück durch ein Glashaus. Und so können sie ihr Haus heizen, können die Fenster schließen und damit Temperatur und Feuchtigkeit regulieren. Kann man da ein ganzes System rausbauen. Ihr habt Fische, ihr habt Pflanzen und das ist selbsteffizient. So, dass ich, wenn ich nicht zu Hause bin, das System immer noch die Toilette spült, weil sonst die Pflanzen sterben. Große Projekte sind fantastisch. Komm rüber zu meinem Camp und rede später mit mir. Ich werde dir die Folie nochmal zeigen. Gibt es noch eine Frage? Ich möchte es rüber zu der anderen Seite bringen. Das andere Mikrofon. Hallo. Ich wollte fragen, wie viel effizienter macht ein automatisiertes System, ein Hydrokultur-System? Das hängt so stark davon ab, wo du den Schwerpunkt setzt. Ich habe keine genauen Zahlen, wie effizient ein System sein kann. Wahrscheinlich sehr effizient. Was du nicht hast, wenn du automatisiert, wenn du eine Automatisierung hast, die tatsächlich funktioniert, dann können Nährstoffe kontinuierlich verfügbar sein. Du hast keinen Wassermangel. Du kannst die Lichtzufuhr optimieren. Ich habe auch interessante Dinge über Lichtmessungen mit besonderen Werten. Das müssen wir später diskutieren, aber ich habe keine Zahl für die Effizienz. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Du kannst auf der Heimfläche in Hydrokultur mehr anbauen als mit einer traditionellen Anbauweise bei 100%. Da hast du schon einen Riesenvorteil in der Ausbeute. Aber die Effizienz hängt davon ab, wie es arbeitet und wie lange du weg sein willst. Aber der Schlüssel zur Hydrokultur ist, dass du dich ständig um deine Pflanzen kümmerst. Du hast gesagt, dass verschiedene Pflanzen verschiedene Anforderungen an die Nährstoffe haben. Gibt es so etwas wie einen öffentlichen Katalog, wo ich das nachschlagen kann für verschiedene Arten von Pflanzen? Sowas habe ich noch nicht gefunden, aber es gibt eine riesige Informationsmenge im Internet. Eine Menge davon ist für Handwanbau, aber es gibt auch andere Informationsquellen. Und das ist ein guter Ort zum Anfang. Sie sind sehr ernste Leute, wenn es um Anbau geht. Fang da an, aber es gibt natürlich bei all diesen Informationen online. Einen großen Applaus bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben natürlich auch einen dritten Hersteller.